Heute zeichne ich Ihnen, wie man auf eine Karotten eine Rose schneidet. Zuerst muss ein Karottenstück abschneiden und machen die Schere. Schere Scheibe geht. бр liked eine titte Dile bekommen, Z good morning. Da creurig ist ein Karottenstück, vamos Surцаattel Man kann sehen so far. Das war Fettig von einer Rose, von Karotten. Das war Fettig von einer Rose, von Karotten.